natürlich willkommen zu der let's play tashi story ja wir schauen immer noch diesen worum und reden einfach mal mit den beiden du führst uns an als entscheidest auch du wann das losgeht was sagt der argoman von mir aus kann es losgehen na gut dann wollen wir mal abgeschmeistert haben wir ja war nicht die in der löser ach ich glaube gar nicht grad ich war das inventory eventar drei dicke fleisch super 9 hp das kann es werden was ist das hilfe blablabla was zur helde ich greife mit mit was soll das letzte darstellen na super toll vorsicht bestellen sie sich am besten fachpersonal wenn sie die wüste durchqueren wollen wir gehen mal nach oben und schon wieder gegner demideffi monst aah stirb und noch eins na super so man muss immer ein stück zurück wenn man jetzt ein ganzes team na ich wollte nach oben hallo ach das knapp ich habe ja nicht schon verloren eventar naja geht ja noch die anderen meinten sind immer tot hallo hat er auch nur ein habe erben hat er mich habe ich das nicht getroffen wieso treffe ich nicht ja vorsicht toll habe ich ja schon mehr dicke fleisch verbraucht unnötig wieso treffe ich dich denn nicht pack oder was nehmen wir nochmal rein und raus so wenn ich das ist immer noch nicht ach komm wenn man da wo vergeht der end was auf der was der end auf der was soll das heißen und wir werden das ganz normal anstatten hier so oh man wir gehen jetzt nicht einfach mal zum umkehren ja klar ich wollte auch gar nicht umkehren ach verdammt auch alter jetzt sind wir die fiecher sind viel zu schnell hilfe verdammt ey wieso treffe ich nicht hallo auch wieso weißt du nicht aus ach halt die fresse nein ich bin zu schlecht ach endlich alter man kann hasse diese tasten hämmern ganzes theme auch stopp einfach nur bitte da ist noch einer diesmal diesmal oder nee du warst das ja gar nicht nicht treffen konnte du warst das aber diesmal konnte ich dich auch treffen oder was du das ja wieso ist das so ein scheiß bug hilfe weg nein 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 ihr lasst mich hin oh komm oh na super puh eine fresse eine erfrischende oase wir können uns die krasse ausruhen digifleisch 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 neam 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 oh neam neam endlich vier stück wieder aber ich wollte noch nicht zu heilen so was haben wir hier oben wieder weiteres gebiet in okramon mann ich bin dieses kleine fiel nicht gewohnt ich will ah come on naa ah 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 heilen ah 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 ich hab kein digifleisch mehr und ich in die Mitte halte ich will ich mir für den Bosskämpfer aufheben ah puh ah ein bisschen entdeckt das na hm so was nerviges ja die klappe ich weiß dass ich nur noch nicht die Linze ne gehabt ach ich heile mal kurz wieder mal klar so das hab ich natürlich nicht zu heilen super ich brauch digifleisch ach nein noch mehr von euch alter man puh äh da oben geht's wohl ja auch ich geh mal nach oben was ist das kann ich nicht untersuchen hm na toll hier geht's nicht weiter ah na super halt mal in der Zeit früher sagen das bin ich ja sonst gelatscht nachdem nach rechts nach rechts die 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 oh nein wir müssen die weiter hallo karkomon dürften wir hier freundlicherweise durch wir müssten dringen zum berg der unendlichkeit Nichts da. Mir wurde schon berichtet, dass ein Banshee vorbeikommen würde. Und ich soll das bloß verhindern, dass sie hier weiterkommen. Entweder ihr verschwindet oder ihr nehmt es mit mir auf. Heißt das, es gibt Ärger? Das heißt es wohl. Okay, Agamon. Bereit zu kämpfen? Zum Wertei, aber ich sehe hier wegen des Sandstums nichts. Außerdem kann ich mich nicht auf den Sand so gut bewegen. Verdammt, was machen wir jetzt? Lass mich das erledigen. Ja, klar, ich hab nur noch einen HP. Sicher, dass du das machen willst? Ja, die Wüste ist mein Gebiet. Ich werde da schon schaukeln. Er hat keine Chance. Pff, versteckt ihr euch lieber? Vielen Dank, Waramon. Du hast etwas gut bei uns. Kein Problem. Er sind Symbole der Fallenten und der ganzen Digi-Welt. Außerdem möchte ich kein Zähler wieder gut machen. Also, geht auf sicheren Abstand. Alles klar. Nein, bitte nicht. Nein, bitte nicht. Nein. Okay, ich schade mir Level. Einmal nur da auf Feuer. Ah. Ah. Ah, na, na, na. Ah, na, na, na. Ah, na. Ich hab gewonnen. Ich darf durch. Gut gekämpft. Ich hab also nur Dauer vorher gedrückt. Leider muss ich mich jetzt erst einmal für eine Weile von dieser Welt hier verabschieden.